Guten Morgen, es geht weiter mit Prison Architekt und wir sind immer noch beim Plan des neuen Mega, also Dom Super Trakt. Wir sind schon die ersten Leute abgehauen und ja, blöd. Und da stehen auch noch tolle neue Sachen, keine Ahnung, ist mir erstmal egal, ich muss jetzt hier meinen neuen Zellentrakt planen, das wird der neue Trakt. Das soll genug Leute beherbergen können und das wird ein bisschen schwieriger. Aber die Planung ist in Arbeit und das sind also Leute, die keine Fenster kriegen. Da bin ich ganz gemein zu denen. Wir könnten hier jetzt sogar tatsächlich ein bisschen Umbau machen und das ganze Ding verkleinern. Dann haben wir hier noch Platz für andere Gebäude, was ja der Plan war. Dann können wir es aber auch richtig verkleinern, um wirklich andere Gebäude unterbringen zu können. So, dann passt nämlich hier noch ordentlich was hin oder ein Hof oder so. Machen wir hier wieder zwei frei und dann bauen wir hier wieder so einen Klotz. Es ist sehr gut, dass es dieses Planungstool gibt, sonst wäre ich aufgeschmissen. Ich muss auch gleich mal nach dem Dings gucken. Ich hab sieben was. Ja, schön. Ein Zellenblock nach dem anderen. Mit den Gängen und so weiter. Und hier gehen wir der Hof rein und hier gehen wir das Office Gebäude von dem Besitzer rein. Und machen wir kurz mal weiter. Ach nee, zwei. Um die Wand. Dann wieder sieben. Und wieder ein Zellending. Das sind also Vierer-Blocks, in denen die Leute jetzt leben müssen. Für den Rest ihres Lebens. Und dann würde ich hier tatsächlich zum Abschluss nochmal einen weiteren Block machen, der das Ganze abschließt. 19 ist falsch. 17 wäre richtig. Und zwar... Ja, so gefällt mir das. Dann kann nämlich hier das Office Gebäude hin. Und hier können noch eine Reihe Zellen hin. Was, drei? Achso, vier ist richtig. Und... Einmal... Zweimal... Dreimal... Viermal... Viermal. Da kommt noch ein Vierer-Block hin. Dann haben wir nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mal vier sind sage und schreibe 24 Insassen. Das könnte für den Anfang reichen. Das ist mein neuer Block. Hm... Wir bauen direkt noch weiter um. Wir machen da direkt noch eine große Zelle dran. Das kann so nicht bleiben. Wenn wir planen, dann richtig... Dann machen wir direkt sowas noch dran. Und dahinter direkt noch eine. Nein, da kommen wir nicht mehr hin. Ah, dann muss das erstmal reichen. Guck mal, hier können wir noch eine reinsetzen. Hm, hier können wir wirklich noch eine reinsetzen. Und zwar so. Wir könnten die ganze letzte Reihe so bauen. Das könnten wir tatsächlich mal überlegen, ob wir die letzte Reihe nicht ein bisschen anders bauen. Nee, so nicht. Ähm, zwei frei. Drei tief. Jetzt drei so bauen. Einfach mal, um kreativ ein bisschen anderes, ne, Raummanagement zu haben und ein bisschen was ausprobieren und so. Wie viel passt denn auf diese Reihe? Ich weiß, hier hätte es auch ausrechnen können, aber es wäre ja langweilig. Oh, guckt mal. Das geht fast auf. Können wir hier eine Doppelmauer machen? Doppelmauern finde ich blöd. Lassen wir es erstmal so. Vielleicht brauchen wir das ja für was Sinnvolles, diesen Gangbereich da. Bereichsgang. So, das wird das neue Gefängnisgebäude. Dann käme hier das Büro des Chefs hin und hier der Hof. So wäre mein Plan für den Anfang. Ähm, jetzt würde ich gerne noch das Utility-Zeug hier beobachten. Genau, du brauchst einen Wasseranschluss und ihr braucht wahrscheinlich einen eigenen Stromanschluss. Das hatte ich befürchtet. Capacitor. Wir brauchen mehr Energie. Und jetzt bin wir gleich pleite. Das ist aber schon, äh, Electric Cable, ja? Gut. So, dann haben wir das mit dem Strom nämlich geklärt. Ähm, fast zumindest. Jetzt haben wir das mit dem Strom geklärt. Ähm, die Refrigerator brauchen bestimmt auch Strom. Ähm, und dann müssen wir noch mit den Rohren arbeiten. Da wäre mein Vorschlag, wir ziehen das einfach hier rüber. Und die zweite Spüle ist da. So, das könnte theoretisch reichen. An Stromversorgung und allem. Hier steht noch eine Bank. Naja. Ähm, warum haben die da unten noch immer kein Wasser? Ja. Ich habe doch den Auftrag zum Bau dieses... Oh. Dieses Klo ist gegeben, ja? Aber du hast auch keine Tür in diesem Raum. Ah, doch. Ne, dann baut doch mal jemand dieses Klo fertig. Ne, 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 ne. Das sind wir Leute. So. Und da der Plan fertig ist, können wir auch den Zaun vorbereiten. Fans. Der Plan steht ja jetzt erstmal soweit. Das heißt... Na, wir können eh nicht breiter, was das hier angeht. Daher bereiten wir den Zaun soweit schon mal vor. Ruhig so, dass da ordentlich Platz noch ist. Und vielleicht macht man ihnen zu. Also nicht so viel Lücken rein. Ja, das sieht doch mal schon mal nach einer schönen Anlage. Das wird ein ordentlicher Gefängnisbau da oben. Da macht auch die riesen Cafeteria, die ich hier baue, langsamer Sinn. Und dumm nur, dass bald schon wieder die neuen Gäste kommen. Gäste. Naja. Was? Ah, das Ding war installiert. Sehr schön. Wenn der Raum jetzt noch Klo hätte. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Toiletten sind Mangelware. Wir haben nachmittags. 7 Uhr nachmittags. Gleich wird's dunkel. Was? Was ist denn los mit dem Strom? Wieso ist hier kein Licht drin? Also wieso kann ich hier nicht reingucken? Du läufst aber schon, ne? Okay. Wahrscheinlich, weil keine Wächter hier drin sind. Kann ich den Waden auch sagen, dass wir da reingehen sollen? Wo sollst du hier hingehen? Ah. Genau. Checkt mal bitte die Zellen. Es gefällt mir hier gar nicht, was hier so abgeht. Ich sehe nämlich nichts. Ah. Schau an. Alles klar. Und die zweite Wache. Checkt mal bitte die Zelle. Was ist jetzt los? Ach, die kriegen Frühstück. Mh. Nein, kriegen sie nicht. Schnappt ihn euch. Es gibt kein Frühstück. Ach, die haben tatsächlich diese Tür ausgebaut. Stress. Stress. Hier fehlt ein Stück Mauer. Und, ähm, das hat alles keinen Strom. Wie sie alle fliehen. Wie sie mir alle abhauen. Gleich haben wir gar keine Gefangenen mehr. Könnt ihr die nicht wieder einsperren? Das wäre mir irgendwie lieber als, äh... Verletzt. Müde. Oh Mann. Der Laden geht vor die Hunde, bevor er überhaupt so richtig fertig war. Der einzige, der sich hier benimmt, ist der gute Dom. Der Dom macht alles richtig. Der benimmt sich. Der macht nichts Böses. Ähm, Utilities. Ach, das müssen wir eigentlich nicht. Utilities. Sollte eigentlich alles reichen. Wenn alles angeschlossen ist irgendwann mal. Ist das auch schon da direkt dran? Ist das auch da direkt dran? Ist das Pumpwerk überfordert? Ne, bestimmt nicht. Hm, guck mal. Kann man hier irgendwas sehen? Es hat Strom und es pumpt. Na, man könnte, glaub ich, meinen, dass da was überfordert ist. Irgendwie... Ach, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ähm, was machen denn meine Arbeiter? Wollten die nicht Strom und sowas? Wo sind denn Arbeiter? Ach, die bauen den Zaun. Kompletto. Ja, gut, der Zaun ist natürlich sehr wichtig. Und das darf man, äh, nicht unterschätzen. Dass so ein blöder Zaun mal gebaut werden muss. Ähm, können wir die Tür offen haben? Danke. Ich möchte der Tür auch weiter nicht folgen. Ich glaube nur, dass sich einer der Worker um die Tür kümmert. Äh... Ja, das ist so viel Hochprioritätszeug. Da weiß man nie, was jetzt Sinn macht und was nicht. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn einer der Worker sich um die letzte Zelle kümmert, damit der Typ es da nicht draußen sitzt. Können wir den Worker nicht deliziert für das Thema hier engagieren? Jetzt tut er gar nichts mehr, ne? Können wir ihn deliziert irgendwo hinschicken? Ja, das geht. Okay. Jetzt macht er wieder seinen Job. Naja, der Zaun ist gleich fertig und dann gucken wir mal. Da ist einer müde. Bei uns darf man ein Burstexhaus, build a Staffroom, make a rest. Oh, ne, die brauchen auch noch einen Hauben. Ach, dann müsst ihr das mit dem Hof erstmal vergessen. Dann planen wir nämlich jetzt schon mal den Staffroom. Was ist das denn für einer? Schau... Duschen brauchen wir auch noch. Die Prisoner stinken ja irgendwann. Und ein Besucherzentrum brauchen wir auch noch. Und einen... Ah, Aufenthaltsraum. Ach nee, ist das... Wir könnten natürlich dem Stuff einfach hier einen Aufenthaltsraum reinpacken. Weil wir die Riesencafeteria eh noch nicht bewirtschaften können. Dass wir hier den unteren Teil des Raums einfach zum Stuffroom machen. Genau, das trennen wir auf. Da ziehen wir eine Wand rein. Concrete Wall. 4, 5. Also ich hätte hier noch eine Reihebänke. Eine Bank, Tisch, Bank, frei. Das heißt, frühestens hier kann die Wand anfangen. So, dann ziehen wir hier eine Wand rein. Und das, die müssen wir verschieben. Und die Tür brauchen wir auch noch Stuffroom. Guck, machen wir die Jungs arbeiten wieder. Und wenn ich jetzt nochmal die Jungs dazu kriegen würde, dass wir hier verdammt nochmal... Dass das Rohr installieren, verdammt der Scheiße. Kann man ja nicht angehen, dass hier keiner diese Rohr installiert. Ach, der Raum hat keinen Strom. Hier hat die... Hier hat nichts Strom. Kein Wunder, dass die AFT nicht funktioniert. Lose Kabelverbindungen und so. Das Wasser kommt nur bis da. Ich glaube, ich brauche eine dickere Wasserleitung. Ähm, das bauen wir um. Dann machen wir nämlich hier eine Large Pipe hin. So. Ach, das ist denn schon wieder Zell... Oh nein, es kommen neue Prisoner an. Ja, guten Tag, die Herren. Wir haben leider nichts für sie zum Wohnen. Ähm... Ach, doch, ich bin ein paar sind die abgehauen. Das heißt, wir haben ja ein paar einzelne Zellen. Was ist das denn? Ach ne, das war schon eine richtige Tür, okay. Wir haben niemanden, der sich um die Cafeteria kümmert. Und so weiter. Können wir mal wieder... Nervt nicht. Auf normal Speed gehen. Ich bin total überfordert als Gefängniswärter. Ich weiß nicht, warum die es nicht hinkriegen, dass dieses blöde Klo auch noch Strom, Wasser, Versorgung bekommt. Da füllt jemand den Kühlschrank auf. Das ist schön, aber wir haben kein Wasser. Und eigentlich müsste das Wasser jetzt problemlos fließen. Aber irgendwie... Ach so. Ich hab da eine glorreiche Idee, woran das liegen kann. Weil das Rohr nicht unter... Ne? Und hier ist auch das glorreiche Thema, das Rohr muss... Ist mir eigentlich egal, was mit dem Rohr ist. Ob so dieses blöde Klo ist, dann ist man versorgt. Und sich kümmert sich mal irgendwann mal einer drum, dass dieses Klo versorgt wird. So, wir brauchen Mitglieder weiter. Und wir brauchen eine Pause. Und die wollen alle raus. Und ach! Wir machen in der nächsten Folge damit weiter, wie ich hier diese Cafeteria endlich zum Laufen kriege. Bis zum nächsten Mal!